Ja, kriegst du mehr Kohle, mir auch scheißegal. Neue Forschung abgeschlossen, was haben wir jetzt? Looper, Nervenkitzel, Fahrgeschäft. Ja, sieht ja interessant aus. Jetzt aber da ist schon wieder was Neues. Krasser Scheiß. Der will eine Fortbildung, kannst du haben. Ja, kann ich ja machen, wenn ich genug Einnahmen habe, ist das ja alles kein Problem, weißt du. Ich versuche wirklich gerade alle Geschäfte irgendwie aufzuhalten und was weiß ich nicht was. Und siehst du ja selber, die machen immer wieder zu und ist echt schwer gerade. Der zum Beispiel hat schon wieder zu. Keine Ahnung, ob der wegen dem Turm hier irgendwie sich versperrt hat oder so oder... Ansonsten klasse ich den Turm einfach hier hin. Oh, dann kriegt er nämlich hier Cosmic Co. Und jetzt machst du auf, mein Freund. Mach auf, du hast einen neuen Standort. Und Mutti hat gesagt, du musst echt mehr Geld reinbringen. Oh, das wird richtig nice, ey. Wenn wir das alles durchhaben. Alter Vater, ich bin so gespannt, was es da alles geben wird. Oh, voll lecker mit dem Gehirn in der Mitte. Hier ist gleich das nächste Pferde. Da bin ich echt gespannt, was das für ein Schienenfahrgeschäft sein wird. Es wird richtig spannend. Übrigens, hast du schon mal ein neues Emoticon? Hast du, ähm, Beta Twitch TV drinne? Wenn ja, dann gib mal kleines EY, dein großes R und dein Omiat ein. Also kleines Omiat. A-Romiat. A klein geschrieben, großes R und dein kleines Omiat. Oh yeah, wir haben echt State Ride. Wir haben echt ein neues Fahrgeschäft. Nice one. Dann brauchen wir nur noch die Achterbahn. Jetzt bin ich gespannt. Schienenfahrgeschäft. Aber hier ist doch gar nichts Neues drinne. Wo ist denn das jetzt drinne? Hä? Wo ist denn das jetzt mit reingepackt? Verstehe ich nicht. Komm mal vor, schneller. Verstehe ich nicht. Wie soll ich denn einen Arbeitsplan erstellen? Verstehe ich nicht. Na ja, egal. So, nächste Forschung ist fertig. Was haben wir hier? Overpower, okay. Wieder so ein komisches Teil. Aber da kommt schon wieder ein neues, ey. Alter Vater. Echt Hammer. Und da kommt schon wieder ein neues, ey. Lightline, neue Entdeckung, Schienenfahrgeschäft Jetzt habe ich hier aber noch Schienenfahrgeschäft Und kann hier nix machen Ah, ah Alles klar Hier sind die drin Jetzt verstehe ich das Baupläne und hier angepasst Alles klar Jetzt habe ich es kapiert, alles klar Jetzt können wir hier wieder was Neues erforschen Machen wir mal Jetzt müssen wir schauen, ob wir die neuen Attraktionen hinbauen Bin ich gespannt Okay Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh yeah, jetzt geht's los hier. Das ist Scriminator, Nervenkitzel. Tiamat, Achterbahn. Twister, Trail, The Madness, The Hunt, The High, keine Ahnung was, Taddle, Taddingens. Dann gehen anderen wieder schön mit Klackerschuh durch den scheiß Haus, du ey. Und mir nochmal irgendwie einen Kommentar geben, dass ich zu laub bin morgens. Dann gibt's echt irgendwann mal Stress. Was ist das? Talate? Ich weiß es nicht. Twister, werde ich auf jeden Fall alle noch bauen, egal wie. Auf jeden Fall, glaube ich, mehr Personal. Mehr Techniker, mehr alles. Und guck mal hier, wir haben neue Maskottchen. Geile Scheiß, wir haben ein neues Maskottchen. Ich glaube, ich will da hinten an der Stelle, wie wenig Großes, will ich auch Maskottchen haben. So, Parkverwaltung, Forschung. Komm schon, Marine. Ich brauche mehr Forschung. Ich brauche mehr Fahrgeschäfte. Uga, Uga. Ich brauche mehr Worthen. Ich brauche mehr Fahrgeschäfte. Ich brauche mehr whatnot. So, Musik angemacht. Zunächst mal Achterbahn, Shishia-Dingen-Zerbums da. Oh, da können wir direkt eine neue erforschen. Wenn ich hier sogar die Wagen austauschen kann. Irgendwie sieht man auf jeden Fall danach aus. Irgendwie. Oh, da können wir direkt eine Wagen austauschen. Jetzt kann ich die hier irgendwie noch anders anpassen. Hedion-Ring. Alles klar, nice one. Krass der Scheiß. Oh cool, wir haben fast alles durchgeforscht. Äh, wenn du per Chrome-Browser ins Internet gehst, kann man so ein Plugin runterladen. Das heißt, Better Twitch TV. Und damit hast du so ein paar Zusätze halt, was den Chat angeht. Du kannst zum Beispiel auch Twitch nicht in diesem Weiß, sondern in diesem Schwarz-Modus umswitchen. Und da hast du auch ein paar besondere Smileys und keine Ahnung was. Und da habe ich halt dieses, ey Romy hat so ein eigenes Emote halt mit rein implantiert. Da brauchst du erstmal die Freigabe von den Better Twitch TV Entwicklern. Und ja, die haben das angenommen. Und ja. Jetztt ihr euch mal wieder. Dass ihr euch klubbt. Und dann noch einige Gurkt. Und dann noch mich alles beherbrille. Das ist ja, was ich ist so ganz schön. Ich bin jetzt dringend. Das ist ja, wie ein Tipp. J��이 Trif Athletien. Ich bin jrisch. Ich bin jrisch. Ich bin jetzt mal wieder dringend. Ich bin jetzt jemand im Team. Und danke dir. Ich hab nicht die Möch und nie. Lasst du wollen nicht. Ich bin jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 So, auch einen neuen Wagen, alles für eine eigene Achterbahn denke ich mal. Die Forschung durch, jetzt werden wir noch ein, zwei Fahrgeschäfte bauen. Mal schauen, wo wir das hinbauen, wie wir das hinbauen. Auf jeden Fall noch Wege verlegen, wie auch immer. Mal schauen, wo wir das hinbauen, wie wir das hinbauen. 72%, komm mach hin. Mal schauen, wo wir das hinbauen, wie wir das hinbauen. Mal schauen, wo wir das hinbauen. Mal schauen, wo wir das hinbauen.